Hallo zusammen, ich bin Dave Kuhl am 31. Oktober 2009 in der Stadthalle Brünacht. Ich möchte ein Teil davon sein, das ehrt mich natürlich. Ich freue mich, dich hier zu treffen. Es wird eine gute Zeit und wir werden die Stadthalle erbrocken, bis die unsere Ohren auserweicht und die Gefühle kommt. Okay, now, be a part of it and it's over. We are now.